Es ist natürlich für uns eine enorm große Hilfe und ich bin natürlich wahnsinnig glücklich darüber, gleich jemand, der für mich auch ein Vorbild ist, zu haben, der mich unterstützt bei dem Projekt. Und er war uns in der Vorbereitungsphase eine große Hilfe. Gerade zum Beispiel das mit dem Staub war so eine Sache, wo er wirklich gesagt hat, das müsst ihr machen und so, ihr müsst da immer stauben. Und dann haben wir uns darauf eingelassen und darüber bin ich froh jetzt.